Wir müssen uns ja mittlerweile gucken wo ich was hinpacken. Geh mal wieder da rein. Muss ein bisschen weiter fliegen. Was soll's. Hallo. Das sagt jedes Mal so. Hallo. 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 Das war's für heute. Wo ist der Duke? Danke, dass du mir den Boss hier so runtergeballert hast. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Oh mein Gott. Ich werde jetzt gleich weggesnackt. Das war's für heute. Junge, aim, wo bist du? Der Baum hat dir jetzt auch nicht mehr geholfen, Bro. Oh Junge, wenn ich mich noch einmal verklicke. Die schießen da hinten, die schießen da, Digga. Jetzt geh ich gleich mal rein und hole mir ne Sniperito. Ich hab' mal was Gutes hier. Das ist drauf, das machen wir drauf, das, das, die kann ich nicht modden. Da machen wir die drauf, das, das und das. Na komm. Perfekt, das war's. Oh. 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 Der kann auch gut schießen Guck mal, wie er mich weg snacken wollte, dieser kleine Kek, alter Na komm, lad nach, lad nach Was? 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 Was, Mann? Was geht, was geht? Digga, wo ist der? Hi Martin, was geht, Alter? Was geht? Warte, ganz kurz, ich bin hier gerade im Struggle Meine Güte Junge, neun Kills schon Heute bisschen zocken, oder was? Nice Homeoffice Homeoffice, perfekt Digga Wieder Büro angesagt Geil Digga Homeoffice immer gut Junge, hier sind so viele Leute am Start Was geht hier ab, Alter? Wo waren die Schüsse? Uh, Sound Sound, wo bist du? Kurze Verschnauzpause, ich muss alles nachladen hier Mach mal Bist du in der Dings, in der Lobby? Ich komm gerade rein Die letzten Tage wieder ein bisschen League of Legends gezockt, darum war ich nicht ran Okay Aber die haben meinen Champion komplett verändert und jetzt ist der unplayable und 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 darum schiebe ich gerade ein bisschen Hasskater Okay Ja, League of Legends sowieso Digga Nicht Ist schon gut, aber Ja, gut schon, aber trotzdem Das Das Ding ist halt einfach nur, es nervt halt Wenn ein Champion Durch die Updates und durch die Gegenstände, die rausgenommen worden sind Beziehungsweise Beziehungsweise ungeändert worden sind Der halt unplayable geworden ist Ja, normal, das nervt dann Kann ich total vollziehen Ist halt komplett aus Komplett aus am Meta raus Und jetzt bist halt am Arsch Mhm Na gut, das verstehe ich Drei Matches gemacht so Und jedes Mal auf dem Pressure ich Das Abfällt Darum Jetzt ein bisschen Warte, warte, warte 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 Und wo? Okay, 11 kills 11 kills 11 kills Amana Tzatziki Was hat er denn Schirmes hier? Keine Ahnung, was ist das für ein Sturmgewehr, Alter? Oh ja Vielleicht nehm ich ihn Mein Supportmate wird auch auf meinem Lappi laufen keine ahnung die aber macht doch so einfach wie kalle also steckt einfach maus das an und dann ja aber ist momentan halt nicht möglich gegen platz und so im wohnzimmer bei sandy da ist das nicht möglich ich habe keinen schreibtisch wo ich das auflegen ich muss doch auf wissen wenn ich ein oder kauft er ein stadion schweben die flasche an deiner wade direkt dazu an deinem pimmel sparst du dir auf die heizung gucken wir mal was hier abgeht kommen die gruppe 23.000 euro jetzt noch den typ porsche panamera danke ja genau du bescheuert ich habe das endlich angeschaltet bei mir naja und dass ich jetzt sehe wo die stipp sind und ist viel geiler oder ja feierlich angenehmer angenehmer auf jeden fall angenehmer das tut mir leid gerald von riva da habe ich leider umgebracht so was geht da unten ab wieder schlössse das ist ja keine sekunde ruhe der hat gesessen junge wird mir stinken wenn ich du wär das gibt es doch nicht das war blöd ich habe jetzt einmal movement fast verbraucht diese dreckswaffe alter ich nehme kein sturmgewehr mehr warum nicht du darfst nicht diese neue nehmen boom digga das war direkter schuss aus der hölle wir haben einfach einen elmw strafschützen martin jetzt mal bitte ruhe es sind noch drei leute drin deswegen ich muss jetzt ein bisschen sound touren du weißt das habe ich mich jetzt vielleicht verraten zu sehr du weißt du weißt du du weißt du wiedersehen ich höre es dir sturmgewehrsniper combo ist das maß aller dinge ein 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 Die Hüge der hat Besser überhaupt noch bleib mal locker lan lass mal die babas ran nein noch nicht einer noch plötzlich hat er sich von hinten entschieden auch noch zu schießen man kann gar nichts machen gegen die leute im auto packt übels ab ich habe so wenig leben jetzt ich muss ihn einfach vor muss ihn einfach erwischen bevor er dich erwischt schlau gesprochen oder ja 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 erster platz let's go we make it look easy we make it look easy baby er dachte er kann sich so habe ich gemacht match statistik junge 15 kills zielgenauigkeit unterirdische 19 prozent scheiß drauf aber egal